Hi und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin der Basti und mit mir erfährst du alles, was mit dem Thema Krypto und natürlich Krypto-Trading zu tun hat. Wir traden bei Bitcoin bei 28.200 US-Dollar. Wir hatten gestern einen kleineren Bounce gesehen. Ich werde dir aber ganz genau zeigen, wieso ich davon ausgehe, dass wir innerhalb von 48 Stunden jetzt hier unser Breakout nach oben oder nach unten sehen werden. Des Weiteren schauen wir uns auch nochmal den Tagesschart bei Bitcoin an, denn da wird die Sache auch nochmal interessant werden. In diesem Sinne würde ich sagen, starten wir direkt rein. Wir schauen uns auch nochmal die Trading Competition an, denn es sind nur noch drei Tage hier, wo ihr euch anmelden könnt. Deshalb da unbedingt mit dabei sein, um tolle Preise abzustauben und in diesem Sinne starten wir direkt rein. Let's go! Alright, falls du hier neu auf dem Kanal sein solltest, würde ich mich auch sehr darüber freuen, wenn du hier kostenlos ein Abonnement da lässt. Du kannst auch gerne mal hier den Like-Button reinballern, damit du einfach in dieser wichtigen Zeit nichts mehr verpasst. In diesem Sinne, gehen wir jetzt rein in den 4-Stunden-Chart, schauen uns jetzt mal den 4-Stunden-Chart an, wie es da im Moment aussieht. Und du siehst immer noch, wir sind weiterhin in unserem Ascending Triangle. Dieses Ascending Triangle ist ein bullisches Continuation-Pattern und das spielt sich im Moment wirklich perfekt danach aus. Ihr seht es jetzt auch hier und es ist im Moment so, dass wir weiterhin kein tieferes Tief gemacht haben. Jetzt auch über das Wochenende hinweg, jetzt über Ostersonntag, auch dann nochmal am Samstag, konnten wir genau dieses Level hier wunderschön halten. Haben immer wieder mal kleinere Probleme gekriegt, das schauen wir uns aber gleich nochmal in den kleineren Timeframes an. Aber die Bullen sind dann hier reingekommen und haben den Kurs wieder auf unsere 28,4 nach oben gepumpt. Das war dann genau das, was wir auch gestern dann analysiert hatten. Die 28.400 US-Dollar ist dann wieder das nächste wichtige Preislevel gewesen. Genau hier oben sind wir rein und auch hier sieht man, haben wir ein schönes kleines W reingekriegt. Schöner kleiner doppelten Boden. Das war dann hier so ein ganz kleines Preisziel auch. Aber man sieht halt hier auch wieder, das Preisziel wurde auch hier wieder perfekt erstmal abgeholt. Die Bewegungen sind nicht allzu groß. Das Volumen fehlt, die Volatilität fehlt, liegt zum einen daran, dass wir Ostern haben. Heute nochmal Ostermontag. Die Börsen sind teilweise heute auch nochmal geschlossen. Aber die USA-Börse hat heute wieder ganz normal um 15.30 Uhr an dieser Stelle ganz normal geöffnet. Aber du siehst jetzt hier auch nochmal ganz schön, ich habe die 27.888 nochmal als Support hier eingezeichnet. Vor allem auf den kleineren Timeframes. Auf dem 15-Minuten-Chart war das ein wichtiges Level. Und du siehst auch, selbst auf dem 4-Stunden-Chart konnten wir dieses Level hier wirklich perfekt halten. Und wir hatten nicht mehr diesen Retest auf unseren 100er EMA. Und du siehst, der 100er EMA ist jetzt hier unter unserem Aufwärtstrend, was du hier siehst. Diese gelbe Linie von unserem Ascending Triangle, also unsere Support-Linie. Und diese wurde noch nicht angelaufen. Das heißt, wenn wir jetzt hier wieder ein Stückchen weiter nach oben gehen, wird dieser 100er EMA jetzt hier wieder über diese Support-Linie wandern. Und das wäre natürlich ein sehr, sehr gutes Zeichen. Kurzfristig gesehen weiterhin immer noch diese Zone hier als Support. Das heißt, da können wir auch mal die Farbe anders machen, dass das hier ein bisschen gleich aussieht. So, et voilà. Also, das ist unsere wichtige Support-Zone. Immer noch 27.730 bis runter 27.500 US-Dollar. Aber da, wenn wir hier unten reinkommen, brauchen wir auf jeden Fall sofort einen Bounce. Und dann darf aber hier keine Rejection erfolgen. Ja, dann dürfen wir hier nicht abgelehnt werden von dieser Trendlinie. Weil sonst haben wir nämlich ein Problem. Sonst haben wir nämlich das normale Breakout mit einem schönen Retest. Ja, bilderbuchartig eigentlich dann fast. Und dann kannst du davon ausgehen, dass das Ding hier nochmal nach unten fällt Richtung 26.600 US-Dollar. Im Moment ist das noch nicht so. Wenn wir uns dann MACD nochmal anschauen, bekommen wir im Moment sehr starkes und positives Momentum rein. Liegt auch daran, dass hier gestern die Market Maker zu unserem Wochen-Close, haben wir uns ja gestern auch angeguckt, ja. Da ist ja immer wieder darauf Hinweise zum Wochenschluss, also am Sonntag, bevor unsere Daily Candle dort schließt, bevor unsere Wochenkerze schließt, musst du mit Volatilität rechnen. Und genau das ist dann gestern passiert. Das war dann hier seit 18 bis 22 Uhr, haben wir dann hier wirklich einen sehr starken Pump dann nach oben gesehen. Zumindest im Verhältnis zum Wochenende, ja, weil hier ist ja wirklich erstmal nichts passiert. Somit ist dann auch das positive Momentum bei unserem MACD nach oben hin hier angestiegen. Also das siehst du auch dann nochmal hier an dieser Stelle ganz gut. Und wenn man sich das Volumen mal anschaut, gab es so einen kleinen Ausreißer dann gestern, ja, mit diesem Volumen, was du hier oben siehst. Aber weiterhin ist das Volumen wirklich bei Binance sehr, sehr gering. Da passiert weiterhin nicht viel. Das heißt, die Leute, die Market Maker, die Große, Big Player, sie warten ab, was jetzt hier passiert. Also es sieht im Moment danach aus, als würden wir wirklich in den nächsten 48 Stunden eine Entscheidung kriegen. Der RSI hier unten ist bei knappen 57 Punkten, also auch hier auf dem 4-Stunden-Chart definitiv Luft nach oben, aber natürlich auch Luft nach unten. Ich bin aber immer noch der festen Überzeugung davon, dass der Markt diese 30.000 bis 32.000 Dollar sehen will und deshalb diese 48 Stunden. Wie komme ich darauf? Ganz einfach, dieses Ascending Triangle hat immer so im letzten Drittel, ja, eigentlich immer eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit dann nach oben hin auszubrechen, wenn man das Ganze technisch betrachtet. Ja, und wir sind jetzt langsam in diesen letzten Drittel. Das heißt, spätestens Mittwoch, Donnerstag gehe ich davon aus, dass wir hier wirklich einen Ausbruch sehen werden. Und ich gehe erstmal kurzfristig davon aus, dass wir durchaus hier Richtung 30.000 Dollar nach oben gehen könnten, ja, solange dieses jetzt hier unten alles hält. Die wichtigen EMAs, 4-Stunden-Chart, auch alle wieder unter uns, das sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. Das siehst du hier auch nochmal ganz schön, das Ganze ist auch hier mit unseren EMAs unter uns, der 50er, der 20er, der 13er und der 100er EMA komplett alle unter uns. Also da sieht es wirklich sehr, sehr gut aus. Das heißt, wenn du auch mit traden möchtest und wenn du sagst, hey, ich habe jetzt hier richtig Bock in der Trading Competition mit dabei zu sein, dann melde dich doch gerne an. Und zwar gibt es diese Trading Competition nur auf meinem Kanal. Was musst du dafür tun? Du musst einfach unten auf den Link klicken, klickst dann hier nicht auf Trade, ja, sondern bei dir steht hier Join, klickst da einfach drauf, gehst mit deinem Account, mit deinem Main Account bei Femex hier rein. Und wie gesagt, wenn wir halt 200 bis 500 Leute hier reinkriegen, haben wir wirklich einen sehr, sehr geilen Preispool. Bis zu den ersten 25 Plätzen bekommt ihr hier einfach US-Dollar obendrauf und könnt damit dann auf der Plattform Femex traden. Ist eine coole Sache, ihr müsst nur 250 Dollar in eurem Wallet drin haben, mehr nicht, ja, damit müsst ihr auch nicht traden, sondern die 250 Dollar müssen einfach so im Account drin sein. Also deshalb, lasst uns da noch Gas geben, Anmeldefrist ist jetzt hier noch bis zum 12.04. Also wir haben jetzt hier noch zwei Tage Zeit, deshalb gibt es auf jeden Fall nochmal Gas und ich werde euch da auf den Laufenden halten, wie viele Leute wir dann hier reingekriegt haben. Wir stehen im Moment bei 180, also das heißt, wir brauchen nur noch 20 Leute, damit wir hier wirklich einen super Preispool für die ganze Community hier haben. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Dann gehen wir rein in den 15 Minuten Chart, schauen uns das Ganze für den heutigen Tag an und vor allem für euch Daytrader wird das ganze Thema natürlich jetzt sehr interessant werden. Wir haben uns das gestern auch nochmal hier angeschaut und zwar mit unserem Psi High und Psi Low Level. Was hier wirklich jetzt sehr interessant ist, ist nämlich folgendes, dass wir bei unserem Psi High Level, ja, das wird ja immer von Samstag auf Sonntag immer jetzt hier dann geformt. Und dieses Psi Low Level, dass wir hier jetzt drüber gepusht sind mit einer sehr starken Vector Candle. Und wir haben das Ganze zweimal wieder angetestet, als Support bestätigt, gehen wieder weiter nach oben und voilà, wer hätte es gedacht, genau bei unserem M3 Level ist erstmal wieder Feierabend. Ja, genau so sieht das nämlich hier im Moment aus. Wir haben einen sehr, sehr starken Anstieg gehabt. Unter uns sind noch zwei Vector Candles offen. Aber man muss auch dazu sagen, das sieht jetzt im Moment wirklich ganz gut aus. Wir gehen jetzt hier genau wieder unten rein auf unseren Pivot Point. Wir sind genau auf unseren 50er EMA. Wir hatten unser Daily Open bei knapp 28.323 Dollar und deshalb ist dieses Daily Open so wichtig. Schaut euch mal an, was hier passiert. Daily Open, wir gehen hoch. M3 Level schaffen es nicht über diese Hochs drüber. Da kann man sich für den heutigen Tag auch nochmal einen Widerstandslevel setzen bei 28.436 Dollar. Aber schaffen es hier nichts drüber über dieses M3 Level. Werden abverkauft, gehen wieder durch unser Daily Open, testen dieses Daily Open nochmal an, bekommen eine rote Vector Candle rein und gehen runter auf unseren Pivot Point. Das Leute ist wirklich wie im Bilderbuch. Und jetzt müssen wir dieses Ding jetzt einfach hier halten. Wir müssen den Pivot Point halten. Worst Case für den heutigen Tag. Wir kommen nochmal hier runter auf unser Psi High M2 Level. Meiner Meinung nach ist spätestens hier dann wieder Schluss und wir testen dann wieder unseren Pivot Point an. Also Worst Case 15 Minuten Chart wird heute das hier passieren. Best Case, wir gehen durch unser Daily Open durch. Durch unser M3 Level. Wir bekommen auf diesen M3 Level einen schönen Retest. Und gehen dann hier Richtung R3 hoch und dann siehst du schon, was nämlich hier wieder passiert. Denn hier oben ist es dann wieder so, wir brauchen nur noch wieder 450 Dollar. Dann sind wir nämlich wieder bei 28.700 US Dollar. So, jetzt kommt hier sogar eine kleine grüne Vector Candle rein. Die wird jetzt hier diese rote Vector Candle höchstwahrscheinlich abholen. Nochmal aufs Daily Open laufen. Und dann kann hier dieses bullische Szenario durchaus eintreffen. Interessant wird es halt wirklich, wenn wir hier durchpushen, möchte ich einfach nochmal einen schönen Retest von diesem hoch hier sehen. Was wir hier auf der linken Seite uns jetzt aufgebaut haben am gestrigen Tag. Und unser M3 Level. Dann gehen wir noch kurz rein Richtung Daily Chart. Schauen wir uns das Ganze nochmal beim Daily Chart an. Beziehungsweise nochmal hier kurz 4 Stunden Chart. Und zwar habe ich euch mal ein bisschen was eingezeichnet. Hier seht ihr nämlich mal sowas ähnliches, was uns noch blühen könnte. Zum einen haben wir hier so ein schönes Top gehabt. Wir hatten einen starken Anstieg und dann hier so ein Round Top. Und dann geht es hier runter auf den 200 der EMA. Dann bekommen wir hier ein schönes bullisches Continuation rein. Mit einem schönen doppelten Boden und gehen dann hier weiter nach oben. Wenn man sich das Ganze jetzt hier mal anschaut, formen wir hier im Moment sowas ähnliches. Allerdings, und jetzt kommt nämlich der Clou an dieser ganzen Sache, brechen wir jetzt hier nach oben hin aus. Das heißt, dieses ganze Ding, wenn wir es jetzt wirklich hier schaffen sollten, über die 28.7 drüber zu kommen, ist dann natürlich invalidiert. Und wir können erstmal nicht davon ausgehen, dass wir hier nochmal runterfallen auf unsere 25.000 Dollar. Sondern die Wahrscheinlichkeit ist dann jetzt im Moment statistisch gesehen erstmal nochmal höher, dass wir diese 30.000 bis 32.000 Dollar anlaufen. Und dann wird es interessant, was hier oben passiert, möglicherweise mit unserem doppelten Boden an dieser Stelle. Aber ihr seht es dann auch nochmal hier ganz gut auf dem Tagesschart. Auf dem Tagesschart, Leute, passiert halt wirklich absolut nicht viel. Und dieser Tagesschart hat einfach jetzt hier, wir können nämlich euch da mal so eine Box reinzeichnen, hat hier genau diese Range. Und diese Range, in der sind wir einfach drin seit dem 17. März. Und wenn du so einen Anstieg hast und so eine starke Konsolidierung, ist das eigentlich ein Zeichen immer dafür, dass es nochmal weiter nach oben geht. Als dass wir jetzt hier irgendwie voll nach unten rauschen, nochmal Richtung 19.000 Dollar nach unten. Das heißt auch hier auf den kleineren Timeframes, kleineren Timeframes ist gut, auf dem Tagesschart, machen wir das mal hier kurz weg, müssen wir auf jeden Fall unsere wichtigen EMAs halten. Und das seht ihr jetzt auch hier, 20er, 13er, unser 13er EMA gibt seit mehreren Tagen und Wochen immer wieder wunderschönen Support. Wir haben nicht mal den 50er angelaufen und jetzt kommen natürlich Step by Step die ganzen EMAs wieder weiter mit hoch. Der 50er wandert hoch, der 100er, unsere V-Webs wandern hoch, das sind diese zwei gelben Linien. Dann wandert hier auch nochmal der 200er EMA hoch. Und wenn diese dann hier in diese Zone hier oben reinkommen bei 25k, ist natürlich 25k das absolut ultrakrasse Support-Level für uns. Definitiv, also das einfach mal hier im Auge behalten. Dann gehen wir auf jeden Fall nochmal ganz kurz rein, schauen uns das Ganze nochmal an, wie es im Moment aussieht bei unseren Liquidation. Also wie es hier bei unserem Hype-Lock aussieht. Das war der Auszug von gestern Abend, 21.37 Uhr. Wir haben ein massives Shorts-Delta hier gehabt und ihr seht es auch hier, wir hatten hier eine massiv große Position, die lag oder liegt im Moment immer noch. Ah, das ist Ethereum, sorry Leute, Moment, ich meine, guter Witz. So, das war Ethereum, wir müssen hier nämlich reingehen zu Bitcoin. Ja, Bitcoin, das ist natürlich interessant. So, und wir sind jetzt hier hoch Richtung 28.5, 28.6. Warum? Hier, dieser Bereich, den du hier siehst, ja genau diese Stelle hier, hier sind Leute mit 50 bis 100x long gegangen. Des Weiteren haben wir knappe 3 Billionen hier immer noch in unserem Shorts-Delta drin. Das heißt, es ist natürlich massiv lukrativ für die Marktmaker hier oben reinzugehen, in diesen ganzen Bündel hier oben rein. Und diese wichtigen Short- und Long-Positionen mit 50 und 100x wurden jetzt hier wieder komplett rausgekillt. Ja, das war jetzt genau dieser Move, den wir jetzt hier gesehen haben, 28.500 Dollar. Wir pumpen hier nach oben und wenn man sich das dann hier nochmal im Vergleich anschaut, 28.500 Dollar. Wir sind genau hier oben rein, haben diesen ersten Drittel, also die, ja vielleicht den ersten 50% an dieser Stelle jetzt erstmal hier abgeholt. Also da auf jeden Fall eine coole Sache. Dann, wenn du Bock drauf hast und jetzt hier sagst, hey, ich möchte mehr über das ganze Thema Trading erfahren, dann schau dir doch gerne mal den Kickstarter an. Der Kickstarter ist extra für dich gemacht und extra für meine YouTube-Subscriber. Das bedeutet, wenn du noch kein Subscriber und Abonnent auf meinem Kanal bist, gerne unten mal den Abonnieren-Button reinballern und dich dann hier kostenlos anmelden. Dann bekommst du nämlich Zugang hier auf unseren Kickstarter. Da ist Mindset drin, da ist unsere Trading-Strategie drin, da geht es nochmal um Vector-Candles, um verschiedene Skyping-Strategien und, und, und. Deshalb zieh es dir gerne rein, jetzt über die Osterfeiertage hast du auf jeden Fall die Zeit und dann würde ich sagen, hören wir uns auf jeden Fall morgen wieder in all der Frische. Hau rein bis dann, dein Basti und wie immer, ciao, ciao.